Aktuell zeichnet SAT.1 die Sendung »Stars in der Manege« auf. Bei den Dreharbeiten verletzten sich mehrere Promis. Funkelnde Lichter, strahlende Augen, glänzende Auftritte, kündigt SAT.1 die nächste Ausgabe der Sendung »Stars in der Manege« mit Jörg Pilawa an, die im Frühjahr 2024 ausgestrahlt werden soll. Insgesamt versuchen sich 32 Prominente beim »Zirkus Krone« als Artisten, Clowns und Magier. Wie »Bild« berichtet, verletzten sich bei den Dreharbeiten bisher fünf Teilnehmer. Innen, zwei von ihnen mussten sogar in die Notaufnahme. GZSZ Star Susan Sideropoulos verletzt. Laut »Bild« zählt GZSZ Star Susan Sideropoulos zu den Verletzten. Sie soll in der Sendung einen Balanceakt auf einer schwingenden Leiter präsentieren. Das Training war mega hart, zitiert die große Tageszeitung die Schauspielerin. »Ich hatte ganz blaue Beine und meine ganzen Oberschenkel von hinten waren komplett blau. Nach dem Dreh habe sie sich mehrere Tage nicht bewegen können.« Zu den Pechvögeln zählt auch Kathy Hummels, deren Beine aktuell mehrere Hämatome zieren. »Influencerin« Influencerin Sarah Harrison zog sie mehrere Prellungen am Rücken zu. Mehr Glück hatte Serienstar Cheyenne Pade, die aus »Alles was zählt«, »AWZ« und »Blutige Anfänger« bekannt ist. Sie trug nicht mehr als ein paar blaue Flecken davon. Stars in der Manege Henning Baum und Rurik Gislason im Krankenhaus. Großes Pech dagegen bei Henning Baum, der letzte Bulle, und Rurik Gislason. Baum soll in der Sendung der Pfahl für eine männliche Pyramide sein. Ob es dazu kommen wird? Bei den Proben riss er sich eine Bizeps-Szene, als ein Artist, der aus etwa drei Metern Höhe auf die Pyramide sprang, aufgegangen werden musste. Es ist halt eben doch ein riskantes Unterfangen, wenn man sich in die Welt der Artisten begibt. Spannend, aber nicht ungefährlich, so Baum zu, Bild. Let's Dance Sieger Gislason berichtete auf Instagram von den Proben für »Stars in der Mange«. Zwar habe er gute Fortschritte gemacht, sich beim Training aber die Hand gebrochen. Wie Baum musste auch der ehemalige Profikicker ins Krankenhaus. Stars in der Manege Auch diese Stars sind dabei. Urbachelor Paul Janke wird in einer Handbalance-Akrobatik beweisen, dass seine Hände mehr können als Rosen verteilen. DSDS-Sieger Alexander Klafs bereitet eine Comedy-Nummer auf dem Trampolin vor. Luke Mockridge versucht sich am Teufelsrad. Rebecca mir entzündet die Feuerseile und »Let's Dance«, star Massimo Sinato, will die schwankenden Masten unter der Kuppel des »Zirkus Krone« bändigen.